Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen noch wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit M.G. Seht es ihm nach, dass er so spät dran ist mit der Anmacht? Ich dachte, du machst das, weil du gesagt hast, neunte Folge jetzt. Jaja, er ist gerade deprimiert, weil Dortmund 1-0 hinten liegt. Eigentlich dachte ich wirklich, du machst das einfach. Völlig unabgesehen davon, dass Dortmund 1-0 hinten liegt. Wie ihr merkt, sind wir ein bisschen in der Vorproduktion. Also vielleicht liegt Dortmund auch an diesem Wochenende 1-0 hinten. Ich weiß nicht mal, wann das Video kommt, aber es kann sein, dass Dortmund gerade 1-0 hinten liegt gegen irgendwen, wenn ihr das seht. Als ob! So geil rausgespielt und am Pfosten. Hältst du doch im Kopf nicht aus. Schön durchgesetzt beim Kopfball-Duell hat nur nix gebracht. Schade, ne? Oh, schade. Das war keine Flanke, das war Steilpass. Ja, dachte ich mir. Ja, klar. Ah, ein Stück weiter. Dann ist er durch. Ich wollte dem Gegner nur Angst machen. Naja, und mir. Und mir. Vor allem dir. Eieiei, ist doch das Wichtigste. Fresh Angst machen. Tagesziel für heute erfüllt. Fuck. Er kriegt ihn direkt auf den Fuß. Direkt auf den Fuß. Hey. Geht ja schon wieder gut los, ne? Na. Schiri. Er hätte auch einfach aufstehen können und weiterlaufen können. Tschüss. Ohohohohohohohohohoho. Alter. Van Dyke packt einen aus. Der wäre ja beinahe über... Durchs... Durchs... Durchs Netz geflogen. Der Wahnsinn. Packt ja so ein Brett aus. Hältst ja im Kopf nicht aus. Kein Absatz. Okay. Da war der ganz schön blank. Ah, der ist genau im richtigen Moment durchgestartet. Anscheinend. Naja. Pupp. Okay. Äh, wieder nicht dran. Ah, ich wollte warten, dass die Lücke groß genug ist, um hochzustecken. Schön dazwischen. Ah, da musste ich fast... Schön nochmal dazwischen. Ah. Ah, jetzt aber nicht mehr. Irgendwann war auch mal gut dann, wahrscheinlich. Ah. Irgendwann ist auch vorbei mit dazwischen. Schöne Grätsche. Hat nur noch nicht viel... Nicht so viel gebracht. No. Wie kann er da den Ball die ganze Zeit behalten? Da ging drei Stück. Ah, schade. Schön gedacht gewesen. Schießt doch einfach unseren Mann an. Können wir den nicht auch irgendwie bekommen? Achso. Der setzt sich gegen Van Dijk durch. Kann man machen? Ach, come on. Eeeh. Schade. Ja, ist klar. Joa. Hä? Gelb gibt's dann noch. Also. Von wann? Ich weiß es nicht. Ein bisschen was her. Hallo, Fresh. Ja, die muss halt was machen. Oh, come on. Haha. Ich. Gib mir den Ball. Lass mich doch passen. Ist so. Nice. Dadurch kommt es auch ein halbes Wunder. Ja. Hier wäre es ein ganzes Wunder gewesen. Irgendwann you need to pass. Ja. Und wie ein Lied von den Höhnern sagt. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Ist okay. Ist okay. Aber ich wollte den einen auf mich ein bisschen zukommen lassen. Aber dann waren beide Anspielstationen jetzt nicht mehr so geil. Ja. Hatte irgendwie die ganze Zeit im Kopf wir liegen 1-0 hinten. Nee, wir liegen 2-1 hinten. Das war ein schnelles Tor. Man ist trotzdem nur ein Tor, aber egal. Spielt sich ungefähr genauso dann. Bis der durchkam. Hopp. Nee. Gegen einen habe ich mich verteidigen können. Das zweite war zu viel. Oh. Mit der Hacke. Nice. Wenn er kommt, ist doch egal. Na, das funktioniert aber. Nein, auf uns das gut. Dann nimmt man das gerne. Ihhh. Ach, schade. Abseits. Abseits. Das ist schon zu weit, Salah. Jetzt probiere ich nochmal. Er setzt sich durch. Das ist doch kein Foul. Leider nur mit Foul durchgesagt. Ja. Hart an der Grenze, nennen wir es jetzt mal. Wenn man es weiß und nichts dagegen tun kann, ist immer mies. Ah. Du wolltest zum anderen oben. Ganz außen. Ganz außen, ganz oben. Der legt in sich zu weit vor. Ich habe den Torwart rausgeholt. Ich habe den Torwart rausgeholt. Oh. Der kam noch zückersüß. Und dann sowas. Damit rechnet doch kein... Gibt es Elfmeter oder was? Oder Freistoß? Freistoß würde ich sagen. Aber direkt am 16, oder? Du bist dran. Schick, dass er... Gib mal auf Salah, wenn es ist. Oh Gott. Ah. Salah stammt blank. Der war viel zu weit eingelockt. Ja, aber 16 Metern oder so. Ja, gut. Da muss man schon mal einen Freistoß-Tür probieren. Oh. Ah. Ja. Schieß. Ah. Er legt quer. Kein Abseits. Okay. Ich hätte ihn nicht reinbekommen so. Glaubst du mir? Ja, passt ja. Keeper war schon zu nah da. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass du passt. Ich denke so, oh, okay. Woher kommt der jetzt? Was mache ich? Wer bin ich? Warum kriege ich den? Bin ich am Abseits? Oh Gott. Zu viele Gedanken im Kopf. Ja, ist doch nice. Ey. Wenn er den wenigstens irgendwie mit der Hacke oder so weiter geläutet hätte, ne? Achso. Oh, zum Glück hat er dreimal gedrückt. Zum Glück ist der Keeper dran, ne? Du siehst es immer, wenn er zu oft gedrückt hat, dann wird der Dreieck über dem Kopf rot. Also blinkt so rot. Und dann verkackt er den Schuss so richtig. Sehe ich normal immer nur bei uns. Wenn du das machst, oder was? Du auch. Du machst das öfters als ich. Ja, da wollte ich hin. Oh, der darf gerne trotzdem rein. Da macht er so eine Parade. Vor allem den hält er fest. Das ist das nächste. Wir haben denselben Keeper. Der hat das noch nie bei uns gemacht. Hab ich. Setz dich doch durch. Ja, gegen Verletzten. Ich würde nicht wehtun. Der ist schon verletzt. Der eben tut schon alles weh. Bah, zieh doch einfach nur ab. Ja, ich dachte, du schickst eher rein als raus. Wollte einfach irgendwie schicken, aber der hat ja gar nichts gemacht. Das war ja nicht mal geschickt. Der ist ja auf halbem Weg auch noch verhungert dabei. Ja, der hat ein Butterbrot hinterher schmeißen müssen. Oh, oh. Fuck, der geht rein. Ja. Aber ich dachte, wo sie so früh gesweatet haben, ja. Im Verkackensitz. Keeper hat man eine Chance, aber. Nein. Leider nicht. Leider gar nicht. Ja, jetzt haben sie ihre Pause, die will sie mal wieder bis zur Besinnungslosigkeit ziehen. Komm, tu Shaqiri rein. Für wen? Keine Ahnung. Der muss ja fast zentral kommen für Keita. Außen, die kann ich nicht auswechseln. 92, 91 für den 82er. Da erkläre ich mich selbst für Beklop. Dann wechsel Keita. Komm, mach's. Tu es. Der macht die entscheidende Bude. Ich seh's kommen. Hast du gemacht? Ja, ja. Braver Junge. Na eben. Das war Ball. Ach komm. Das war eindeutig Ball. Das war ein lächerliches Fuck. Warum ist der Fabinho, warum kein schneller? Verhungert, der passt so elend. Das war ein lächerliches Fuck. Das war... Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. abseits wie knapp muss das gewesen so knapp wie das gerade macht doch den pass gleich also direkt schade Freunde wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollt ein Abo schaut auch gerne bei Gaming Ninjas vorbei bis dahin hauterein tschau tschau